Nein, doch! Wo ich da so rauskomme. Bei uns ist ein grünes irgendwas. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Und da sind Röhren. Also, Röhren! Äh, hüpfen, nicht werfen. Platsch! So. Na? Hey! Mario! Wo willst du hin? Kann mir einer sagen, wo ich bin? Ah, hier! Oh, Heiland! Hä? Och, nö, hö, hö, hö! Sehr schön gehüpft. Tolle Leistung, Alter! Hüpf! Oh! Nee! Och, Menno. Sag mal, wie kann ich den aufheben? Na toll. Ich will da hoch. Och, Menno. Leute, ernsthaft? Wie komme ich denn da hoch? Äh, äh! Sag mal, wie kann ich das Ding denn nehmen? Ups, so nicht. Okay, also ich habe keine Ahnung, wie das hier funktionieren soll. Hier komme ich ja nirgends hoch. Was soll der Unfug? Hm. So, bevor wir jetzt hier rausgehen. Cheaten wir uns noch mal ein bisschen stärker. Hi. So, und dann vermuten wir doch mal einfach, boshaft wie wir sind, dass wir erstmal, wow, was ist denn das hier? Na, erstmal noch kurz durchatmen. Und jetzt wieder ab, runter. Und ZL. Ach so, das war gar nicht so dümmlich. So, die Hälfte der Monde habe ich. So, einmal Luft holen und schnell wieder runter. Der Typ ist übellaunig. Da oben. Hey. So. Da drüben wäre ja bestimmt noch mehr zu holen gewesen, aber... Äh. Hä? Warum komme ich da nicht mehr raus? Aua. Ah, jetzt geht's auf einmal. Ist ja schnuggelig. So. Was haben wir denn da? Dann gehen wir doch mal noch mal übers Wasser. Au. Halt Y, um Feuer zu wingen. B, um abzuheben. Muss abheben. Ist ja ein Ding. Äh, und nun? Äh. Ah ja. Okay. 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 Thermal-Insel. Ich muss eigentlich nur da rüber kommen. Schaffe ich das? Geh raus da. Trottel. Gegrillter Tintenfisch. Gegrillter Tintenfisch. Hier ist noch ein Brunnen. Den sollten wir auch reparieren. Äh. Wie repariert man einen Brunnen? Jetzt, ich schätze diesen blöden Fisch nicht, habe ich glaube ich ein Problem. Gegrillter Tintenfisch. Ach, Gott sei Dank. Ach, Gott sei Dank. Okay. Brunnen reparieren. Gegrillter Tintenfisch. Und der hat gut reden. Wow. Es wäre ein wenig leichter, wenn ich wüsste, wo ich eigentlich hin muss. Äh, da wollte ich nicht hin. Merci, Dori. Okay. Ich habe wieder einen Mond gefunden. Was soll's? Wie auch immer wir das jetzt gerade gemacht haben. Äh, was macht eine Vogelscheuche unter Wasser? Dachte ich mir doch. Oh, Alter. Äh, 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 äh. Äh, 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 äh. Okay, Freunde der Sonne. Ich weiß mal, wo ich hin muss. Ach, du blöde Kaulquappe. Hau ab. Kann dieses dämliche Vieh nicht mal wegbleiben. Nee, ich ersticken jetzt. Ah, toll. Ah, toll. Super Kameraeinstellung mal wieder. Also, ehrlich. Die Kameraeinstellungen sind uns miserabel. Hopp, bewege dich jetzt, Mensch. Das müsste man mal finden, wo da, äh. Mann. Muss doch noch irgendwo einer sein. Leute, seht ihr noch einen Mond? Dachte ich mir doch. So, gleich kommt wieder der hässliche Fisch. Oder auch nicht. Natürlich. Ein Mond. Das gefällt. Soweit. Dreh dich rum. Und runter mit dir. Noch mal Luft holen. Und geschafft. Mondstücke im Meer. Äh, hallo. Träge ich noch mal ein bisschen Luft? Ja. Äh, hallo. Käppi. Wie krieg ich Käppi wieder? Verdammt. Ah? Äh? Ah? Hallo? 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 Äh, das finde ich jetzt gerade so ein bisschen dümmlich. Also, mit L nicht, mit R nicht. Mit ZL und ZR auch nicht. Das ist jetzt mal eine dumme Sache hier. Hey, nimm mich mit. Ja, wie denn? Du kommst ja nicht. Ah. Ach so, ich muss einfach abhauen. Hahaha. Wie einfach. Was hat das hier mit den Krebsen eigentlich auf sich? Die kacken Münzen. Super. Na gut. Komm, dann gucken wir mal. Ach, guck mal da. Wie süß. Blubbel. Na. Wenn da was runtergerollert kommt, dann muss ich da mit Sicherheit hoch. Hm. Ja, mal eine interessante Sache. Wenn ich mir noch ein paar von den Typen hier schnappe. Hehe. Von den Piraten-Goombas. Ob mir das irgendwas bringt? So. Jetzt sind wir ja schon etwas höher. Hm, hm, hm. Hier innen scheine ich halbwegs sicher zu sein. Dann jetzt sehe ich wieder nichts. Äh. Okay. Ich habe auf jeden Fall einen Mond. Äh. Romanze am Strand. So, nehme ich jetzt diese komischen Goombas weiter mit? Nee, ehrlich gesagt glaube ich besser nicht. So. Arschbombe. War es nur eine Münze? Wow. Sehr schön. Hier oben sind wir auch mal für einen Moment sicher. Hehe. Ah, ich glaube ich rede euch wieder heutzutage wenig, oder? Ach, ist ja auch schwierig hier. Aber ich glaube... Aber ich glaube... Aha. Noch ein Mond. Ja, ich habe es ja schon fast hier. Mir geht es ja in erster Linie darum, durch die Welten durchzukommen und nicht unbedingt alle Gegner zu besiegen. Zumindest erstmal nicht am Anfang. Ich will euch ja eigentlich nur ein bisschen das Spiel zeigen. Und aussehen für alle zu besiegen, bin ich eh zu doof. Platschi! Was ist das? Dong! Au, Kopfweh. Noch zwei Fontänen. Hm. Ach so, jetzt raffe ich das erst. Jetzt begreife ich das erst, wie das funktioniert. Gott, bin ich dämlich. Ich schieße dem quasi die Korken an die Birne. Okay. Und wie mache ich die auf? Ich muss noch solche Dinger finden. Seht ihr welche? Ich sehe keine. Das da hinten sieht eigentlich aus wie eine Kiste, was da unterhalb von dem Typ liegt. Dann werde ich doch mal probieren, da jetzt hinzukommen, hm? Schaffe ich das? Geronimo! Scheint zu gehen. Es wundert mich irgendwie, dass ich im Wasser von nichts angegriffen werde. Was ich hier absolut geil finde, dass das tatsächlich so ein richtiger Wellengang ist hier. Wie am Strand. Oh, wie schön. Ach, ich würde auch mal gerne wieder an den Strand. War ich schon lange nicht mehr. Früher war ich immer in Spanien. War schön. Ah ja. Jo, früher war ich immer in Spanien. Und einmal hatte ich das Glück, nach Hawaii fliegen zu können. Für ein paar Tage zwar nur, aber, ähm, das hat in der Situation damals gerade sehr gut getan. Da ging es mir gerade nämlich nicht ganz so gut und, ähm, ja, ja, du mich auch. Da ging es mir gerade nicht ganz so gut und da hat das, wie gesagt, mal richtig gut getan, ähm, einfach mal ein paar Tage weg zu sein. Wo? Was ist das da drüben? War ich da schon? Ne, da war ich noch nicht. Ich könnte jetzt drüber schwimmen, aber irgendwie habe ich Bock auf, äh, die Jesusnummer. Ich kann über das Wasser laufen. Wupp. So. Jetzt scheffeln wir noch ein paar Münzen. Okay. Was bist du denn? Äh, das Glas ist halb leer. Ja, und? Tja. Ich sehe die Dinger. Aber wie in drei Teufelsnamen komme ich da hin? Und wie komme ich zu diesem Mond? Das ist gar kein Mond. Ich dachte, da wäre einer. Wow. Hilfe. Und was ist das? Sieht aus wie ein brennender Tod oder so ähnlich. Ach nee, da hat ein Lagerfeuer. So, da ist ein Ausgang. Dann ist da bestimmt ein Eingang. Kann ich mich da hinbeamen? Na, zumindest ein Stück näher, ne? Versuch. Macht klug. So, und nun? Nun gehen wir mal darüber und gucken wir mal, ob wir dieses Loch in der Wand nochmal finden. Äh, hallo? Warum komme ich nicht raus? So. Okay. Das habe ich doch schon mal probiert hier, oder? Wie soll ich da hochkommen? Och, Menno. Das ist gemein. War ich da schon drin? Ja, da war ich schon drin, oder? Hm, ja, da waren wir schon. Tschüss. Da oben war ich anscheinend noch nicht. Hey! Blöder Kerl. Okay. Ganz offensichtlich war ich hier dann doch schon. Ach, guckt mal da. Schönen guten Tag. Wen haben wir denn da? Verdammt. Ähm, hoch. Das sieht doch aus, als könnte man da dran klettern, oder irre ich mich? Hm? Also, ich hätte... Ich hätte jetzt gesagt, da oben kann man sich irgendwie ranhängen, aber offensichtlich doch nicht. Schade. Wäre so eine schöne Idee gewesen. Huh, wo hänge ich denn rum? Hm. Irgendwo muss ich doch hier hochkommen. Aber das hier funktioniert nicht mit dem Wandsprung. Wobei das gemeine ja ist, dass wenn ich hier so ein bisschen drehe, dann sehe ich doch da was. Verdammt. Tja, ich weiß, dass ich mir das jederzeit nochmal ansehen kann, aber das bringt mir irgendwie nichts, oder? Nö. Vielleicht komme ich da irgendwo hoch. Hm. Och nö, warum springst du denn vorbei? Da komme ich zu dieser Rakete. Ja gut, und vor ein paar Münzen. Aber was bringt mir das? Ah, guckst du hier. Ah, ja. Das ist jetzt nicht der Eingang, den ich mir erhofft hatte, aber das sieht doch auch nicht so schlecht aus. Äh. Hey. Cappy, nicht schlafen. Hallo. Interessante Variante. Was soll der Unfug? Muss ich die ins Wasser kicken, oder was? Oh Mann, Cappy, nicht so langsam. Ah ja, ich muss sie ins Wasser kicken. Müssen wir sie vielleicht in einer bestimmten Reihenfolge öffnen? Na, supi. Das brauche ich ja wie Zornweh. Wenn ich das wüsste, gibt's einen Hinweis? Ne, gibt's nicht. Ah ja, eins, zwei, drei, vier. Okay, jetzt habe ich's begriffen. Na, komm schon. Geh, schwimm. Oh, Cappy, wo willst du denn hin? So. Oh Gott, hoffentlich war das jetzt richtig. Ne, nicht draufhüpfen. Geh runter. Eins. Zwei. Drei. Und vier. Da, schau her. Und ich habe die Munde komplett. Uiuiuiui. Nüscht wie raus hier. Uiuiuiui. Was? Beachvolleyball muss wegen der widrigen Umstände leider ausfallen. Tja, du lieber. Kann ich dich auch übernehmen? Dong. Voll einer auf die zwölf. Was ist mit dir? Hm? Wonach suchst du denn? Ah, ich weiß, ich weiß. Haha. Na, schön für dich. Ich kann es dir nicht verraten, aber ich gebe dir einen Hinweis. Unter einer... Mond unter einer gefährlichen Kuppel. Er ist hier irgendwo versteckt. Finde ihn. Schüpp, 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 blablabla. Mond unter einer gefährlichen Kuppel. Ja, super. Mann, ich kriege das mit dem Ding nicht hin. Vergiss es, Alter. Ich bin so doof. Da brauchen wir jemanden, der das Ding auch steuern kann. Was soll's? Sagen wir einfach, das Küstenland war mal ganz schön. Moment. Warum vibriert hier mein Controller so? Warum vibriert hier mein Controller so? Ja, ich habe zwar noch jede Menge Munde gesehen, aber irgendwie habe ich keine Ahnung, wie ich da rankommen soll. Wie soll man da hinkommen? Das muss mir mal einer erklären. Die Odyssee ist leistungsfähiger. Sehr schön. Tja, jetzt bleibt hier nur noch das Polarland, ha? Wie viele Länder gibt's hier eigentlich? Mach dich auf was gefasst, Bowser. Na, dann fliegen wir halt mal zum Polarland. Hier gibt's wirklich jede Menge zu entdecken. Jede Menge. Hm. Naja, für jemanden, der eigentlich gar nicht so gerne Mario spielt, muss ich sagen, ein bisschen Spaß habe ich doch. Auch wenn ich manchmal wirklich mit der Steuerung gar nicht hinkomme. Manchmal. Aber ich habe eine Badehose mit Punkten. Das Meer war so entspannt. Wenn nicht alles gerade so drunter und drüber gehen würde, wäre ich gerne noch geblieben. Ja, oh. Wo wir gerade ein bisschen Zeit haben, können wir noch ein paar Kleinigkeiten nachlesen. Bla, bla, Reisestipp, Stampfattacken, Sprung. Was? Wenn du hoch hinaus willst, aber ein normaler Sprung nicht den gewünschten Effekt erzielt, dann spring nach einer Stampfattacke. Ja, dieser Stampfattackensprung verleiht dir den gewünschten Aufschwung. Das würde uns bestimmt weiterhelfen. Nächster Stopp Polarland. Das mit dem Sprung kriege ich doch sowieso wieder nicht hin. Das sieht aber echt kalt aus. Im Polarland. Ja, das kann ich mir denken. Die Rennen dort sind... Was? Die Rennen dort sollen sehr beliebt sein. Und der Preis ist eine Zuckergusstorte. Rennen? WTF? Schlotterkumpen. Bähähähähäh. Ja, in Badehose. Ist klar. Geschenk vom Tortendieb. Hey, wie er zittert Prost, eiskalt Wir sollten ein bisschen in die Puschen kommen Ne, wir sollten das anziehen Ich friere gerade ein Ist ja krass Brrr Tja, was zieht man da an Das bestimmt nicht Tja, wenn ich das wüsste, ne Nehmen wir mal den hier Hey, ich war nur gar nicht fertig Äh, wie kommen wir auf den Schleier Naja, könnte ein bisschen besser sein Vielleicht drehen wir jetzt nicht mehr ganz so Was hier Nicht viel besser Okay Ähm Das sieht kalt aus Das sieht sehr kalt aus Wo zum Geier Bin ich denn hier gelandet? Was ist das? Das Ding hat einen Auspuff Na? Da geht's rein! Okay Fassen wir kurz zusammen Das ist eindeutig ein Zeichen Nämlich, dass ich hier aufhören soll Ich beende den Part Und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder Bis dahin sagt Papa Nug mal wieder Tschüss Freunde der unfähigen Mario-Spieler Und zu denen zähle ich mich Macht's gut! Gut